Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Hippias und Hipparchus, bekannt als die Tyrannen von Athen, waren zwei Brüder, die die griechische Stadt 528 v. Chr. regierten. Hipparchus hegte romantische Gefühle für einen jungen Mann namens Hamodius. Hamodius hatte jedoch bereits ein Verhältnis mit Aristogaiton. Verängstigt durch Hipparchus' Annäherungsversuche, beschlossen Hamodius und Aristogaiton, ihren Unterdrücker zu beseitigen. Während des belebten Panatenöhnfestes griffen die beiden Hipparchus an und stachen ihn tödlich nieder. Die Wachen des Tyrannen überwältigten Hamodius und Aristogaiton rasch und töteten beide. Trotz ihres Schicksals ehrten die Athener die Tapferkeit von Hamodius und Aristogaiton, indem sie ihnen zu ihren eine Statue errichteten, die ihren Schlag gegen die Tyrannei würdigt. Kandualis, der degenerierte König des antiken Königreichs Lydien in der heutigen Westtürkei, fragte einst seinen Leibwächter Gyges, ob er die Frau des Königs nackt sehen wolle. Gyges lehnte zunächst ab, wurde aber später vom König überredet, sich im Gemach der Königin zu verstecken und sie heimlich beim Entkleiden zu beobachten. Leider entdeckte die Königin Gyges. Als sie von dem Vertrauensbruch ihres Mannes erfuhr, stellte sie den verlegenen Leibwächter vor die Wahl, entweder Kandualis töten und sie heiraten oder sich öffentlich der Spionage bezichtigen lassen, ein Verbrechen, das mit der sofortigen Hinrichtung geahndet wurde. Als die Königin später in der Nacht ihren Mann zu Bett rief, war Gyges bereit und erstach Kandualis. Die Königin Witwe Zhao, die Mutter von Qin Shi Huang, dem späteren ersten Kaiser von China, war die Konkubine des Politikers Lu Buwei. Der Zugang zu ihr war eingeschränkt, sodass Lu Buwei oft nicht in der Lage war, sich für einen kurzen Spaß in die königlichen Gemächer zu schleichen. Unzufrieden verlangte die Königin, dass Lu Buwei eine Lösung finden sollte. Um sie nicht zu verärgern und nicht bloßgestellt zu werden, ersahen Lu Buwei einen seltsamen Plan. Er verkleidete einen gut aussehenden jungen Mann namens Lau als Oinuchen. Da er kastriert war, konnte Lau ungehindert die Frauenquartiere betreten, ohne Verdacht zu erregen, und diente dort der Königin, bis der Betrug aufflog. Lau wurde für seine Taten hingerichtet, die in Ungnade gefallene Königin wurde eingekerkert, und ihre mit Lau gezeugten Kinder wurden auf tragische Weise getötet. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video. Das war es für diese Folge. Das war es für diese Folge.